so liebe leute der letzte tag hier in australien bis heute bei dort vier diese woche schieden und damit grüße ich euch herzlich aus münchen ich bin nach münchen gefahren jetzt oktoberfest und so ja und wir machen weiter auf hinfahrt mit dem letzten mit den letzten vier rennen wir fangen an mit einem 5,93 kilometer und auf geht's dauert jetzt alles nur einen kleinen moment letzten drei relativ kurze rennen heute nicht mehr so langer tag wie gestern und vorgestern sondern heute aber nicht um so wie nicht um wichtiger links 5 lang wach zu rechts schneiden in rechts 3 60 links 3 weg schneiden in kuppel rechts 3 in links 2 rechts 3 60 rechts 2 links 4 wach zu in rechts 3 in links 4 80 links 6 rechts halb und überwunden links 3 links 3 in kuppel rechts 3 in links 2 in links 2 in links 2 in links 2 in rechts 2 was ist denn da schon wieder ey dann mein Gott gehen wir nicht auf den nerven neust wer ist denn folgen raus und die Karamuni hat mir nur auf dem kopf zu legen oder was rechts halb überwunden rechts 2 und rechts links und übungen links links 5 links nicht schneiden wir liegen vorne aber ich habe wieder eine strafe an der wacke links Überpuppe, Kuppe, Langsburg, 60, links 5, Senkel, links 3, Land, mach zu, Überpuppe, 60, durch Tor, rechts 6, in links 5, Überpuppe, 80, durch Senkel, 80, durch Tor, rechts 5, 80, durch Senkel, links 2, in links 2, Überpuppe, nicht schneiden, in rechts 4, 60, Achtung, Bremsen, Binnen, Kehre, rechts, Kuppe, links 5, durch Senkel, rechts, halb, überpuppe, 80, durch Senkel, Kuppe, in rechts, halb, überpuppe, 110, durch Senkel, senkel, Binnen, Brücken, runter, durch Senkel, in Kuppe, Langsburg, 80, durch Senkel, Kuppe, in rechts, halb, überpuppe, 110, durch Senkel, links 4, und Achtung, rechts 2, überpuppe, in rechts 2, rechts, steigen, 80, durch Senkel, links 5, 60, rechts 6, in links 5, überpuppe, 80, durch Senkel, 80, links 4, Abzug, nicht schneiden, in rechts 3, in links 4, nicht schneiden, 60, rechts 3, 80, links 2, 60, durch Senkel, in rechts 6, rechts, halb, überpuppe, links 6, rechts, halb, überpuppe, links schneiden, rechts 2, überpuppe, 80, rechts 4, in links 3, nicht schneiden, in rechts 4, mach auf, 150, Achtung, Bremsen, auf, bekehre, links, rechts, 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 rechts Ich will jetzt das Ding noch nicht versehen. Und das haben wir auch geschafft. Einmal kurz gedreht. Zehn Sekunden allein im letzten Sektor gut gemacht. Yes. Mein Gott. Tolles Ergebnis. Das war unschlagbar. Na gut. Und dann geht es weiter. Jetzt mit Teil Nummer 3. Teil Nummer 5. Dann haben wir nächste Woche noch die zwei Dinger. Können wir nächste Woche Mittwoch dann mit der Triple Crown anfangen. Dem allerletzten Event. Mit der allerletzten Serie überhaupt hier in Dirt 4. Und dann wird es. Mal gucken, was wir machen. Die Maximalgeschwindigkeit werden wir schwer erreichen. Der Turbo ist kaputt. Welche Überraschung. 2 Minuten 32 gibt er uns eine Zeit vor. Das ist so gut. Das ist so gut, dass ich kurze Zeit. Die Maximalgeschwindigkeit werden wir hier in Dirt 4. Die Maximalgeschwindigkeit werden wir hier in Dirt 4. Senke Kuppe. Rechts halten über Kuppe, 80. Achtung, Kuppe links, 2. 60 durch Senke. Links halten, Kuppe. Rechts 6, nicht schneiden. Rechts 4, in links 3, nicht schneiden. In rechts 4, macht auf. Links 4, macht zu. In rechts 3, nicht schneiden. In links 4, 60. Kuppe rechts 4, nicht schneiden. Und Achtung, links 2, verlegt sich Kuppe. Rechts 3, in rechts 3, nicht schneiden. In links 5, kann ich touch noch wiederholen. Rechts 6, links 6, rechts halten über Kuppe, nicht schneiden. Rechts 2, Kuppe 80, links halten über Kuppe, 80, senke. Kuppe, drücke, Ruppe durch Senke. Kuppe, rechts, Ruppen, senke. Rechts 5, 80, durch Senke. Links 2, in links 2, über Kuppe, in rechts 4. Durch Tor, Kuppe, senke. Rechts 3, über Kuppe, 80, durch Senke. Kuppe, links 4. Und Achtung, rechts 2, über Kuppe. In rechts 2, nicht schneiden, 80, durch Senke. Links 5, unter 10, durch Senke. Links 5, links 5, links 5, links 5, links 5, links 5, 60. Achtung, durch Senke. Links 3, über Kuppe. Senke, Kuppe. Rechts 5, lang. Achtung, Kuppe, gleich Sprung, rechts 5. Geh mal hinkommen. Rechts 5, rechts 5, 80, durch Senke. Links 2, in links 2, in links 2, über Kuppe, rechts schneiden. In rechts 4, durch Tor, Senke. Kuppe, rund um durch Senke. Kuppe, vielleicht Sprung, Senke. Verdammt, der hat mir die Zeit nicht abgenommen. Der Drecksack hat mir die Zeit nicht abgenommen. Ich bin doch nicht erster geworden. Ein zweiter geworden, am Ende. Warte, wenn ich dann mal... Bei diesem Scheiß-Fehler hat immer noch mal richtig die Zeit vergeben. Ich glaube, wir werden uns beim nächsten Mal noch verbessern. Ja, können wir auch. Das war nicht das, was ich erwartet hatte. Das Ding hat er mir schön weggenommen. Letzte Ding. Letzte Ding für Spanien. Dann sind wir durch. Äh, nee, für... Hier, in Australien. Dann sind wir durch. Perfekt, dann komme ich perfekt zum Formel-1-Rennen noch. Äh, gut, sieben Minuten... Äh, sieben Kilometer haben wir noch vor uns. Das sind wahrscheinlich mal so 4, 5 Minuten. Dann sind wir durch. Ich sage, diese Strecke wird ein bisschen kürzer werden. Auf jeden Fall jetzt die letzte. Keine große Bedenken vom Marschall. Sollte ein gutes Rennen werden. Aber ohne große Probleme. 4 Minuten 43 gibt es uns. Das ist das, was wir jetzt haben. 5, 4, 3, 2, 1, los. 110 Durchsenkung. Rechts 5, lang, nicht schneiden. Rechts 5, lang, nicht schneiden. Rechts 5, in links 6, lang, mach zu, über Kuppe. Rechts 5, 60, links 5, Kuppe, Kuppe. Letzte WP auf jeden Fall. Rechts 5, links 5, lang, 60, rechts 6, in links 5, über Kuppe. 80 durchsäckchen, 80. Achtung, links 3, verhängt sich. In rechts 4, mach auf, lang, nicht schneiden. 80 durchsäckchen, links 5. Rechts 4, in links 3, nicht schneiden. In rechts 4, mach auf. Rechts 4, nicht schneiden. In links 3, in rechts 4, mach auf. Weg schneiden, links 3, nicht schneiden. In Kuppe, rechts 3, in links 2. Rechts halten, über Kuppe, 80. Achtung, Kuppe, links 2. 60 durchsäckchen, links halten, über Kuppe. Rechts 6, rechts 2, in links 3, Kuppe. In rechts 4, nicht schneiden. Achtung, links 4, über Kuppe, in links 1. Rechts halten, über Kuppe. Rechts 4, nicht schneiden. In links 3, in links 4, mach auf. Nicht schneiden, links 4, mach zu. Nicht schneiden. In rechts 3. In links 4, nicht schneiden. 60, links 4, mach zu. In rechts 3, nicht schneiden. In links 4, 80. Links halten, über Kuppe, vorsicht, rechts 1. In rechts 4, über Kuppe, 80 durchsäckchen. Vorsicht, Kuppe, rechts 5, in links 6, 80. Kuppe, senken. Rechts 3, über Kuppe, 80 durchsäckchen. Jetzt ist das Gas gerade weg, damit ich nicht hier komplett umführe, äh, ohne Kontrolllichte gegen fliege. Rechts 4, rechts 4, rechts 3, über Kuppe, links 5, nach links 5, in rechts 4, in links 3, über Kuppe, nicht schneiden. In rechts 5, rechts 6, in links 5, über Kuppe, 80 durchsäckchen. Wunder, mittig halten, über Kuppe, 100 durchsäckchen. Rechts halten, über Kuppe, links 4, mach zu. In rechts 3, nicht schneiden, in links 4, 60. Kuppe, rechts 4, nicht schneiden. Und Achtung, links 2, verengt sich Kuppe, rechts 3, inne halten, rechts schneiden, in links 5, rechts 6, links 4, mach zu. Nicht schneiden, in rechts 3, in links 4, nicht schneiden. Ich möchte ihm jetzt gerne die Zeit wieder abnehmen, wenn ich zum Abschluss immer P1 verstehen habe. Links halten, über Kuppe, rechts 6, nicht schneiden, links halten, über Kuppe, rechts 6, links halten, über Kuppe, rechts 1, in rechts 4, über Kuppe, 80 durchsäckchen. Husten, Kuppe, rechts 5, in links 6, 80, links halten, über Kuppe, senke rechts 5, nicht schneiden, Kuppe rechts 4, nicht schneiden, in Kuppe, links 4. Und Achtung, rechts 2, rechts 2, in rechts 2, nicht schneiden, 80, durchsäckchen, links 5, links 5, rechts 6, lang über Kuppe, links 5, senken, Kuppe, rechts 5, rechts 6, lang über Kuppe, links 5, senken, Kuppe. So, letzte Teil. Und das Ziel findet sich hier in der Kurve, und das war's dann. Das war's, liebe Leute, mit dem Teil aus Rails. Sie haben's geschafft. Wir haben 31. Die Zeit nehmen wir ab, letzten Sektor, äh, letzten Rätten abgenommen hat. Ohne, jetzt super, Ergebnis, gut gemacht. Jo, das war's. Nur Leute. Das war, äh, Australien. Wir holen zwar der Rift für 25 Punkte. Und gehen jetzt mit 100 Punkten, ne, Vorsprung, ins letzte Rennen. Nein, ich bin einfach mal Punkt vor, schon gegeben mit 100 Punkten, und Blatt 1, so wie man es jetzt rennen, das wird ja nur als Ahr stattfinden. Dann sehen wir uns hoffentlich wieder. Gucken wir uns, die Strecken dann schon. Das geht aber, das sind alles ein bisschen, das ist alles relativ human, das passt auf die Vorredezeit hier. Ja. Ja, schauen wir mal, wir sehen uns mal wieder, bis morgen, und, äh, bis morgens Montag, natürlich. Bis Montag um 40 Uhr, bis dahin, und tschüss, bei Let's Play wird 4.